was geht ab youtube willkommen zurück zu einer weiteren folge ja wir sind wieder fleißig unterwegs in die richtung hier da ist eine große insel mit zwei bergen daher ist jetzt können sie wieder sehen ja aber jetzt hat sich wieder ein kleines bisschen was getan wir haben jetzt endlich den empfänger weil wir uns jetzt gedacht bevor jetzt ewig immer nur straight gerade aussegeln steuern wir doch mal langsam endlich mit dem empfänger und so weiter dementsprechend die erste richtige insel an ja da fehlt noch netz das habe ich noch nicht geschafft ach so kämpfen ich wollte gerade schon frage ist unser punkt ist von der frage mit dem material was jetzt in den netzen ist sollte das gehen also heute seite ein bisschen natürlich auch schon ausbruch stattgefunden wir gucken mal das passt doch wir müssen jetzt ein bisschen in die richtung und jetzt ist drin so ein bisschen viel hat sich nicht getan hier außer dass es jetzt oben noch einen kleinen anbau gibt es mit entsprechend den kurien usw und ja sonst ihr lieben bisher halten nicht viel entstanden wir haben natürlich jetzt ein bisschen offscreen ausgenutzt ja ein paar ressourcen zu fahren habt das muss einfach nur laufen lassen mit der ausbau jedoch ein bisschen stattfinden kann also hier wie ihr seht es schon mal so ein bisschen schmuckere holz jetzt drin ja auch schon so langsam die beiden haben ihre eigene kajüte gekriegt anstatt dass wir jetzt noch unter freien himmel schlafen müssen können wir jetzt endlich irgendwo drinnen schlafen das stopp wohl das einzige was jetzt halt ist wir brauchen jede menge holz ich habe natürlich die ganzen planken fast komplett aufgebraucht wir haben sind auch schon ein bisschen weiter machen aber ein bisschen und ja nicht übertreiben ein schwimmendes floss zwischen 10 und 11 uhr naja habe ich schon gesehen und nein der kann uns ja zum glück durch die eisen verstärkung getrost egal sein ich habe noch mehr holz ich habe das hier noch das war ich nicht und dauert auch echt bis wir da ankommen wir sind noch 1,2 km haben wir kein motorboot so ist gerade mein bauermeier und dann ist er da unten drinnen so ist ein produktessens produktion läuft auch der haut ja alles kurz und klein ich mache eure kajüte gerade oben schickt also es sind fertig winddicht ja aber noch nicht ganz regendicht jetzt darf man ja in der kajüte gar nicht mehr pupsen da ist der drinnen stehen noch nicht noch geht es nach oben raus also noch dann hätte ich aber gerne klimaanlage klimaanlage ist ein fenster drinnen jetzt darf man nicht auf sein weil dann dreht sich auch wieder ja eine gardine können wir auch noch machen das ist überhaupt nicht das problem gibt es ja auch oder was wollen wir denn dafür wo sind denn unsere deko objekte wo sind sie denn die vorhang auch wenn man ja ja so bei den wollen vorhang so in der klinge was gesundes steht da gesundes ja wo ist das fast food fast food wo willst du hier fast herkriegen gibt es hier kein mc drive alles woher fertig war ja da ich komme jetzt einmal ein takt das sollte zu sagen dass wir da die band schon fertig haben insel ja erst mal nicht ganz so wichtig wir wollen jetzt erstmal zu einem punkt so first und ja ich muss das trinken jetzt hier ist mal die inseln weiß ich auch nicht das einzige was interessant wäre wer hat dann auch dementsprechend die inseln aber wir wollen ja auch ein bisschen story zeigen ja richtig genau und das ist jetzt noch mal ein bisschen korrigieren die scheint uns aber dann hat ja weil wir das lenkrad haben und so weiter lenkrad brauchen wir auch wieder einiges an marx und wer auch noch das war ja aber soll das generell übel sein also jetzt sonst hat sich das wieder auslöst das spiel aufs gut laufen und tucke ja wenn du geradeaus stiegen da kriegt die material hinein schnell zusammen einiges ist dann doch etwas mehr als zwei aber egal ich bin kundstoff geht irgendwie unwahrscheinlich schnell dafür hapert zeit gerade echt an den flanken aber jetzt bin ich erst mal weitestgehend fertig würde jetzt mal sagen also das den rest mal entweder mal offscreen also ich will hier einfach nur farmen es ist eine sphärisch etwas über einem kilometer da müssen wir jetzt nur ein bisschen im auge haben nicht dass wir dran vorbei gefahren unabsichtlich ich glaube in der spannung aufrecht zu halten genau wie zu kann im kreis rum was ich ja im endeffekt auf screen gemacht habe und bis bis uns der meeresstrom dorthin über werden wir sehr lange dran vorbeifahren ja hast du nicht gesagt das würden jahrhundertprojekt jahrhundertprojekt von solchen zu werden wenn ich jetzt ein jahrhundert draus machen erst mal 135 so alt will ich nicht werden heißt doch mit 66 jahren da fängt das leben an würde aber gerne noch etwas ausprobieren und würden da schon wieder dunkel plastik toll wir werden seit sehr viel plastik verschwinden können ja ich denke so ich wir haben wieder so gedanken austausch das hier ach so ja ja aber gut es funktioniert auf jeden fall das was ich gedacht habe also ich hatte das ist nicht funktioniert 1 2 1 austauschen dass die eisenschutzstärkung verschwindet es ist nur die frage wollen wir uns schlafen legen ohne anker oder so schnell sind wir nun unterwegs wie sind es denn noch was das kriegen wir noch korrigiert ja was sagt ihr denn zu einem schicken vorhang hier luft reinlassen ist ja ekelhaft so schlimm war die nacht auch nicht wir müssen jetzt auf jeden Fall wieder derbs korrigieren sogar weit in die richtung sonst haben wir hier mal wirklich dran vorbei was 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 der hier und der hier auch noch weg könnten und ersetzt werden könnten auch noch mal mit netzen und auf der anderen seite auch also wir haben wieder ein haustier kannst du sie denn diesmal also das eine mal ging es keine ahnung weil ich daneben geschossen habe vorhin das schießt in unsere kajüte rein keine pfeile ich sehe keine pfeile zwei stück lege ich dir einfach mal spontan mal hier mit rein ja da ist es schon da ist es schon unser ziel ich sehe schon ach siehst du ja das sieht doch gleich schon viel cooler aus oder nicht man bemüht sich man bemüht sich arbeit arbeit mehr arbeit was auf jeden fall auch noch kommen wird ist halt das vorne in der kantine da auch noch mal irgendwo zumindest ein fenster reinkommt dass man es mal ausgucken kann das muss immer sehr korrigieren jetzt müssen wir mal straight so fahren also unser ziel sehe ich irgendwas ja ich glaube wir sind fast angekommen alter der wenngang hat mich mal runter geschubst das kann man auch mal hier mit rein schmieden kannst auch jederzeit die bäume hier hinten fällen ja wenn dann immer natürlich neue pflanzen der heil ist gerade durch unser fluss geschwommen oh da ich sehe was hier vorne auch noch ein netz rein ja ja das sind wir müssen noch mal vier netze mehr jetzt muss ich mal hier zu trinken bekommen aufbrechen ja bevor ich da gleich okay muss ich auch erst mal was trinken und essen ja alter aus das für siegang jetzt korrigiere ich noch mal ein bisschen glaube ich und das war schon zu weit anker raus jo anker gesetzt jetzt gleich wenn wir los sind müssen zwar jetzt ein bisschen schwimmen darüber wurde das ja egal das ist dann nun mal so das tun habe ich denn noch hat wir nicht auch irgendwie irgendwo was willst du denn ach nee hatten wir hier noch nicht was dann flossen hat sich das mal hier langsam bei mir es war die muss er so die geräusche gerade weg ja bei mir auch und so bitte woanders hin weiter weg ich meine würde auswerfen nö ich bin jetzt oh ja komm komm putt ok ich hab kein schwer mehr eh 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 und abtauchen ich bin irgendwo drinnen ich bin irgendwo drinnen schrott 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 ich sauf gleich hat er gerade ein ernst und er ist irgendwo drinnen ja 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 ich bin auf jeden fall in einem ziemlich feuchten loch mhm ok mhm ok mhm besser als zu trocken richtig denn das schwein hat locken ja also ich will ja nicht sagen aber der ist beschäftigt ne jetzt ist nicht mehr gleich jetzt kommt er auf euch zu das ist gut jetzt kommt er wieder zu mir warum das denn weil ich wieder im wasser bin nicht mehr kommt er nicht mal rüber ja wir warten ja dass der hei an seinen köder geht was er jetzt tut juhu ihr meint bruce los die denn schlagen so hoch kommen sogar hier rein Nee. Hm. Das ist nichts. Ah, ich habe was kiffen. Hallo. Radio. Radio. Ah, das ist die Kiste. Oh, ich habe auch was gefunden. Ja. Oh, Stirnlampe. Und es geht ein Licht auf. Uh, uh. Took a boat, won't be back. Ah, naja. Das ist mir untergefallen. Okay. Also nochmal den Kreis laufen hier. Huiiii. Eins war jetzt so schön wahr. Schade, dass man hier nicht hochklettern kann. Ja. Ja. Ich bin geradezu doof. Da hat er was gepfunden. Oh, ich warte mal hier und darf der Käpt'n machen. Nein! Nein? Irgendwie bin ich doof gesprungen. Wo bist du denn? Eine Etage wieder runter. Ach so. Ich dachte, du bist jetzt im Wasser. Da haben wir wieder eine Notiz. Eine Giste. Und das Wichtigste. Chris Halkar. Da sitzt ja jemand. Ja. Oh mein Gott, ja, da soll ich ansprechen. Der sieht so motiviert aus. Oh nein, der hat's getan. Juhu. Ja, ihr Lieben. Und jetzt müsste eigentlich hier irgendwo in der Ecke stehen. Sie haben einen Charakter freigestellt. Das haben wir jetzt getan. Der war ja diesen tollen Charakter schon. Ja. Und auf jeden Fall haben wir zwei Baupläne gefunden. Das ist auch klasse. Auf jeden Fall war das doch erfolgreich für die erste Folge für diese Aufnahmesession. Und dann würde ich sagen, es war wieder eine erfolgreiche Folge mit Bauplan. eine Taschenlampe, eine Stirntasche... Au. 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 Und ich würde sagen, falls euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Lasst gerne auch einen Kommentar da. Und falls ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert gerne meinen Kanal. Und dann würde ich sagen, hau eingehauen und ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.